So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, denn es ist ja die Sino-Woche, der Weg nach Sino-Event-Woche-Dings. Morgen wollen wir nach Gera fahren, also am Freitag, ich nehme das jetzt Donnerstagabend noch auf, morgen wollen wir nach Gera fahren, uns mit Thomas treffen, Genaya treffen, Essen gehen, Samstag, Sonntag in Gera ein bisschen die Go-Tour, Sino spielen, vielleicht ein paar Rates machen, ein paar Forschung machen, mal gucken, ob es ein paar Shinies gibt und so weiter. Passend dazu habe ich die ganze Woche gewartet, denn es gab ja zum Der Weg des Sino-Events zwei Tickets und verschiedene Forschungen und die Genaya hat mir ein Eier-Ticket geschenkt, womit ich halt eine Forschung hatte, wo man noch verschiedene Encounter bekommt, die habe ich noch nicht abgeholt und ganz besondere Grüße und Dank geht raus an Hubi Michi, denn Hubi Michi hat mir das Raid-Ticket geschenkt für das Weg nach Sino-Event, womit ich jeden Tag zwei zusätzliche Raid-Pässe bekommen habe, also jeden Tag drei freie Raids machen konnte und eben auch eine Spezialforschung habe, wo ich die Sachen noch nicht abgeholt habe. Also danke an Hubi Michi, du warst mein Buddy, weil du hast mir das Raid-Ticket geschenkt. Nach dem Video jetzt werde ich mein Buddy aber wieder wechseln und doch Genaya nennen, weil die Genaya mir zusätzlich auch das Ticket für die Meisterwerksforschung geschenkt hat und das ist ja eher was Langwieriges, das heißt, mein Buddy wird jetzt immer Genaya sein, außer es kommt mal ein kleines Ticket rein. Ich möchte jetzt mal ganz kurz anfangen, denn ich möchte die ganzen Sachen abholen von dieser Sino-Woche, dem Sino-Event. Wir haben ja jeden Tag einen Community-Raid gemacht, ich habe mir jeden Tag einen neuen legendären Pokédex-Eintrag geholt, aber aus den Forschungen habe ich noch gar nichts mitgenommen. Hier habe ich jetzt noch was drin, der Weg nach Sino 3 von 3, das habe ich noch nicht abgeholt. Das möchte ich jetzt erstmal abholen und schauen, was da drin ist. Hier ist ein, oh, ein Bidiza, hey, dann nehmen wir mal dieses Bidiza mit. Dann gucken wir wieder hier rein, hier habe ich eine Level 48 Forschung, da muss ich noch was machen. Hier habe ich eine Level 50 Forschung noch. Die möchte ich jetzt auch hier kurz abholen, damit das auch schon mal weitergeht. Ich hoffe, da ist nicht das Lucario drin. Nein, da ist ein I-Cognito drin. Das nehmen wir jetzt auch kurz mit fürs Video, damit ich schon mal auf der nächsten Seite bin. Und gerade am Wochenende, wenn wir in Gera spielen, auch hierfür Aufgaben schon weiter erledigt werden. Ihr seht ja, hier fange 5000 Pokémon, brüte 50 Eier aus, gewinne 15 Trainerkämpfe in der Go-Kampf-Liga. So, die Meisterwerk-Forschung wird dann automatisch weitergeführt, die Level 48 Forschung auch. Und wir gehen jetzt in den Heute-Tab. Und da muss ich mich beeilen, da sind nur noch ein paar Sachen drin, die ich jetzt nur noch einen kurzen Zeitraum abholen kann. Ein globaler Hyper-Bonus. Geist im Gerät, eins von eins, Ende den zwei Tagen. Muss ich jetzt abholen, denn da müsste ja ein Rotom drin sein, was es bisher noch nicht gab. Was aber shiny sein kann und das müsste mega selten sein, weil man nur einmal die Gelegenheit jetzt gerade hat, an dieses Rotom zu kommen. Außer es kommt dann irgendwann wieder aus Fotobombs oder anderen Sachen. Das sieht nicht shiny aus, das hat 849 WP. Ja, das war wohl nichts, damit ist es wohl schon wieder nutzlos. Selbst wenn es ein 100er wäre, nutzt mir das nichts. Vielleicht kann ich es mal im Lucky-Trade jemanden geben, der sagt, er braucht das noch als Lucky oder so. Also das, weil es doch selten ist, werde ich trotzdem erstmal aufheben. Wundert euch nicht, ich bewerte gerade gar nichts. Ich bewerte dann in Ruhe, wenn ich alles abgeholt habe. Der Weg nach Sino-Raid-Herausforderung, aha, der Weg nach Sino-Schlüpfen, der Weg nach Sino-Raids. Der Weg nach Sino-Raids müsste jetzt gekoppelt gewesen sein an das Ticket von Hubi Michi. Hier gab es, mache 8 Raids insgesamt und dann hast du das alles bekommen. XL-Bonbons für Chrysilia, Heatran, Giratina, Darkrai. Diese absolut hässliche Evoli-Maske, die sich bitte niemand aufsetzt. Und nochmal Bonbons für Dialga und Palkia. Das waren die Belohnungen von Hubi Michi, muss ich sagen. Sind jetzt nicht so spektakulär gewesen. Aber die zweitäglichen Raid-Passe haben geschmeckt. Die waren richtig cool, das hat Spaß gemacht. Dann wollen wir uns als nächstes vom Ticket von Genaya der Weg nach Sino-Schlüpfen abholen. Denn hier haben wir etliche Encounter drin. Hier ist ein Plauder-Guy. Die können ja auch jetzt Shiny sein dann, die Regionalen. Das sind ja viele Leute hinterher. Ich nehme die jetzt hier alle mal mit. Pachi Risu. Weil es werden ja wieder die restlichen Shinies eingeführt von der Sino-Region, die es noch nicht gab. Jetzt schmeiße ich das hier ran. Dann nehme ich mal das hier mit. Das heißt, ich musste kein einziges Ei brüden sozusagen und kriege jetzt die ganzen Regionalen hier hinterher. Ich muss während der Sino-Tour, bei der Sino-Tour am Wochenende, ich muss nichts brüden. Weil die Shinies sind mir jetzt da auch wurscht auf dem Habanero-Account. Ich nehme hier aber diese Pokémon mit. Na gut, für die Aufgabe musste ich trotzdem brüden. Hier, da waren was dabei mit Brüde 5 Eier aus. Oder 8. Oder doch 5. Oder 6. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind so die Regionalen auch abgefrühstückt. Alles zweimal drin. Insgesamt 6 Pokémon. Das passt auch. Und die werde ich auch mal aufheben für eventuelle Glücksfreunde, wenn die sagen, sie brauchen noch ein Regionales als Glücks-Pokémon. Das extrem Interessante kommt aber jetzt gleich. Hier ist nochmal so eine Pikachu-Maske drin. Ja, okay, die holen wir uns jetzt auch ab. Braucht man nicht. Aber das Beste zum Schluss, und das war das. Denn hier gibt es 4 Belohnungen. Und das sind 4 legendäre Pokémon. Kostenlos für alle. Denn das war nicht an ein Ticket geknüpft. Das war eben bei der Weg nach Sino. Eine befristete Forschung, wo man auch einfach raiden musste. Ich glaube, das war auch insgesamt 8 Raids. Also 2, 4, 6, 8. Und dann bekommt man jetzt das hier. Hier ist ein Kreselia drin. Das versuche ich jetzt auch einfach mal hier mit Silberner Sanana-Beere zu fangen. Jetzt muss ich nur warten, bis es wieder in die Mitte kommt. Hängt bitte nicht da drüben rum. Ich hasse Kreselia, weil das halt immer so an den Rand geht. Und dann immer dort so Zeit verbringt. Dann sehe ich schon auch, dass es nicht drin geblieben ist. Das kann jetzt bestimmt 10 Jahre dauern. Oh nein, er geht wieder. Oh, er kommt zurück. Da die jetzt alle Level 15 sind, weiß ich auch die 100%-Werte nicht. Denn aus dem Raid haben die ja Level 20. Oder mit Wetterboost halt Level 25. Aber hier aus der Forschung müssten die Level 15 sein. Haben also komplett andere Werte. Auch Heatran ist beim ersten nicht drin. Dann werden wir den hier nochmal ein zweites Mal abholen. Also versuchen zu fangen. So. Hat immer noch nicht gepasst. Wir werfen noch eine Beere. Also wir können das die ganze Nacht machen. Sozusagen. Noch einmal. Hat nicht gezählt. Boah, wir müssen es nochmal machen. Wir können sonst nicht weitermachen. Aber nicht, dass das jetzt wieder nicht richtig anzeigt, dass der im Prinzip schon drin ist. Das habe ich nämlich auch manchmal. Da ist der Boss schon gefangen. Er wird dir aber gar nicht angezeigt, dass er gefangen ist. Und du wirfst tausendmal drauf und wunderst dich, wieso es nicht weitergeht. Giratina. Meine Meinung nach das nützlichste und beste Pokémon da drin. Was auch direkt im ersten Ball drin ist. Denn das habe ich damals immer für die Meisterliga benutzt. Und schade, dass wenn wir Freitag nach Gera fahren, ja genau Freitag, Giratina in die Raids kommt. Ich aber nicht am Freitag es dann also schaffe, den Community Raid zu machen und hochzuladen für 15 Uhr. Weil bis das kommt, wir sind dann schon auf dem Weg. Wir können aber versuchen in Gera beim... Oh, Shiny Darkrai aus der Forschung. Wenigstens ein Shiny ist hier dabei. Wir können trotzdem versuchen in Gera mit Thomas und Genaya den Community Raid zu machen. Und das wird vielleicht für viele sowieso dann noch besser sein. Denn wer mitmacht für eine Interaktion mit mir, hat dann eben noch direkt die Interaktion mit Genaya und mit Thomas. Viele, die mit mir befreundet sind, sind auch mit Thomas und mit Genaya befreundet. Und dann seht ihr die auch in diesem Community Raid Video. Und das ist ja viel mehr wert, als wenn ich das Freitag schnell hinklatsche, wieder losfahren, weil hier die Gegend seht ihr ja genügend. So, hier sind jetzt nochmal auch Bonbons drin. Die es auch für jeden gab. Und dann habe ich jetzt das alles abgeschlossen. Das ist alles abgeschlossen. Und hier kann ich theoretisch gerade nichts abholen. Das mache ich dann erst, wenn ich fertig bin mit allem. Aber wir wollen noch bewerten. Das heißt, was haben wir zuerst gefangen? Dieses Bidiza. Drei Sterne, 15 Angriff. Dann haben wir dieses Icognito. Drei Sterne. Hebe ich, glaube ich, auch mal auf. Glücksfreunde. Ich brauche im Glückstausch eigentlich absolut nichts. Aber immer, wenn mein Glücksfreund ist und die Leute sagen, was kannst du mir anbieten? Sag ich immer, nix, weil ich habe ja nix. Ich habe meinen Beutel jetzt auf tausend erweitert. In der Hoffnung, dass ich doch mal ein, zwei Sachen aufheben kann. Wie dieses Rotom, was auch drei Sterne hat. 15 KP. Also wer Glücksfreund ist und wird. Und sagt, er braucht schnell ein Rotom. In Glücks genau dieses. Der Erste, der es verlangt. Der Erste, der es braucht oder möchte. Meldet euch dann. Und dann gucken wir mal. Ich reserviere jetzt nix für jemanden. Der, der glücklich ist und tauschen will, der kann danach fragen. So machen wir das. Plauderguy. Ja, zwei Sterne ist schlecht. Pachirisu, drei Sterne ist besser. Wenn du fliebst, zwei Sterne. Uh, richtig mies. Plauderguy, zwei Sterne. Pachirisu nochmal zwei Sterne. Wenn du fliebst, das Schwerste und Größte, müssen sie gleich mal ein Showcase hinmachen. Übrigens habe ich in dem Weg nach Sino Event jetzt keinen einzigen Showcase gemacht. Die haben ja immer 10 Uhr angefangen, waren 20 Uhr zu Ende. Jeden Tag war ein anderes Baby-Pokémon drin, was man hätte brüten müssen. Ich immer alles weggeschmissen habe vor dem Event, also nichts hatte. Ich habe im Event gefühlt kein Ei gebrütet, großartig. Außer halt alte Eier und da waren die halt nicht drin. Und das Einzige, was ich mal hatte, war ein Riolu. Und an dem Tag habe ich auch vergessen, das reinzusetzen. Und alle anderen Sachen konnte ich nicht setzen. Manfaxo hatte ich nicht. Dings hatte ich nicht. Was da am Anfang war, weiß ich schon gar nicht mehr. Das war ein bisschen doof. So, hier haben wir jetzt Grisiria mit drei Sternen. Okay. Hier haben wir Heatran mit drei Sternen. Okay. 15 Angriff. Hier haben wir Giratina mit drei Sternen und Treppe. Okay. Und jetzt ist Darkrai in Shiny. Mit elf. Elf. Zwölf. Und das ist dann die komplette Ausbeute. Und jetzt ist aber das doofe, ich glaube Darkrai. Hm. Darkrai war genau das, wo ich am Montag mal ein paar mehr Rates gemacht habe. Und habe schon einen Shiny Darkrai bekommen. Und das ist irgendwie gefühlt genauso schlecht, aber hat halt ein besseres Level. Also da hätte ich lieber von einem anderen jetzt einen Shiny aus der Forschung haben wollen, weil ich ja noch keinen Sub. Aber bei Darkrai hatte ich das Glück, bei gar nicht so vielen Rates trotzdem ein Shiny mitzunehmen. Und habe jetzt hier aus der Forschung nochmal ein Shiny bekommen. Und damit kannst du ja auch absolut nichts machen. Weil Darkrai kannst du nicht tauschen. Das heißt Darkrai kannst du eigentlich wegwerfen. Was wir wahrscheinlich jetzt auch einfach machen. Denn das hat elf, elf, zwölf. Das hat zehn, zwölf. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hier schmeiße ich jetzt einfach weg. Schau. Das Kleine hebe ich mir auf, weil das ist was Besonderes, weil das aus der Forschung war. Und alle fragen dann, hä, wie hast du das gemacht, dass das Level 15 ist, Bruder? Und das ist das Shiny, was ich mal aufhebe von dem. Tauschen kann man es nicht, deswegen braucht es, ist egal. Ich habe damals auch, als ich meine 663 Darkrai-Rates gemacht habe, ich habe da hier 30 Shinies oder so gehabt. Das hat alles nur den Beutel zugemüllt. Also weg damit. Weg damit, genau. So, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr das Raid-Ticket gehabt oder habt ihr das Boot-Ticket gehabt? Habt ihr diese Raid-Forschung für alle gemacht? Habt ihr da irgendwo ein Shiny drin gehabt? Habt ihr sogar ein 100er-Legendäres vielleicht drin gehabt? Habt ihr ein Shiny-Rotdorn bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und nochmal danke an Genaya für das Eier-Ticket und danke an Hubi Michi für das Raid-Ticket. Und nochmal Genaya dann für die Meisterwerk-Forschung, die ich ab jetzt dann wieder weitermachen muss. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.